Hallo und herzlich willkommen zurück liebe Leute zu Resident Evil 2 Ja gut, letzte Folge, was war denn nochmal? Ich hab ja schon knapp 5 Tage nicht mehr gespielt In der letzten Folge bin ich ja gestorben Dann hatte ich keine Lust mehr drauf Und ich hab jetzt, ja ich muss jetzt Also ich hab jetzt, wo ich das verloren habe, das alles nochmal gemacht Und jetzt, da wo ich den Schlüssel nochmal hole Ab da fang ich dann wieder an Ist also, ich muss immer noch ein bisschen spielen Bis ich da ankomme, wo ich überhaupt war Aber ich hab schon ein bisschen vorgespielt Weil das Rest ist schon ein bisschen unnötig Was man da halt, was ich halt spielen musste Das war schon 20 Spielzeiten Okay Auf jeden Fall müssen jetzt die Oh, Moment, ich hab vergessen die Zähne, um zu wechseln So Wir müssen, also ich muss ja hier, wenn ich den Schlüssel hier aufhebe Stehen jetzt alle Zombies auf Das Problem ist, dass ich halt gar keine Munition habe Ähm Ich bin ja an den Zombiehunden, glaub ich, gestorben Aber die hab ich ja schon im Im Nachhinein alle umgebracht Also die waren alle im Käfig Sobald ich den Schlüssel aufgehoben habe Sind alle aus dem Käfig rausgekommen Und wollten mich alle umbringen Aber ich hab die halt jetzt schon alle im Käfig umgebracht Damit die erst gar nicht rauskommen können Okay, ich hebe den Schlüssel auf Und der Zombie steht, ja Und der Zombie steht dann auf Ich hoffe mal, dass ich als Ich muss mal gucken, wo ich da mal hin muss Moment Ähm Okay, ich muss Ich muss Zum Schießstand Da ist ja die verstoßene Tür, wo ich hin muss Also dadurch, durch den Swinger Okay Die Hunde müssen eigentlich hier nicht mehr sein Oder hier kommen neue Hunde, was ich eigentlich ehrlich glaube Die Hunde hab ich ja, die Hunde sind alle tot noch Okay, dadurch Okay Oh ne, warte, Moment mal ganz kurz Oh, falscher Weg Ups Da komm ich ja später lang Äh, okay Mein Gedächtnis ist, äh, gut Orientierung sind kaputt Anscheinend Hier dann, genau So So, schnell durch Bevor die durchkommen Äh, ich sag, bevor die aufstehen Film Eigentlich brauche ich Ah, das Okay, das muss dann wieder zurück zum Revier Muss doch irgendwas sein Als ob das einzige hier ist, was Die sind ja wirklich tot Oh Ah, doch nicht Alles klar Gut, dann darf ich, dann darf ich noch eine Strohpoton verbrauchen Hä, als ob das einzige hier ist Ja, keine Munition mehr, ja ganz toll Nein Okay, ich hab noch eine Blendgranate Damit könnte ich die noch Abwehren Aber das Problem ist Wenn noch irgendwelche Gegner hier ist, komme ich instant tot Und dann muss ich die ganze Kacke nochmal bachen Ah, okay Ah, kein Problem Schreibe ich schon Moment, ich muss kurz ein bisschen die Kunde richten So Ähm Ach, da lebt ihr auch noch Wo muss ich, wo muss ich noch lang What the fuck Warte mal Ja, ich hab schon alles Warte mal Ich hab irgendwas übersehen Oh, ich weiß, wo ich hingehen muss Okay, die Granate ist weg Oh, Alter, was laut Was passiert, wenn ich, ne Was ist hier eigentlich Ne, das ist verschlossen Ich weiß, wo ich hingehen muss Ich müsste jetzt durchs andere Tor gehen Ich glaube, ich hab's ein bisschen verkackt Oh çocuk Ah 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 Ach This As Oh Gott, mein Controller ist noch an, ups, wieso, was für ein Brit die ganze Zeit. Ah, hier kommt jetzt das, stimmt, warte, nee, das kennen wir schon, das kann ich überspringen. Doch, bitte in Kommission. Ey, die Transformator-Torraum, Transformatorraum und die Schaltschrankteile, wo sie sich immer besorgen. Was in aller Welt? Hm. Hm. ok ich muss wieder zurückgehen und wo ist das? hier äh moment ah ne falscher weg ne ne ist ne richtiger weg hier musst du sein ja hier musst du sein stimmt hier 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 untersuchen hier 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 Ich hab gerade eine Kugel zu viel verballert Ach kacke ne oder Ah der ist noch ein anderer Zombie Stimmt Au Also wir Hunde sind hier bitte Och ne Ah komm Ich hab das ohne Schaden zu nehmen Also ich muss doch Okay ich muss jetzt auch viele Transformatoren besorgen Ähm Moment mal ganz kurz Ich weiß wo ich hin muss Ich muss hier komplett zurück gehen Ich habe die Kugel jetzt Damit kann ich ja das Tor öffnen Das hab hier ganz vergessen Heißt ich muss immer durch die Hunde rennen Oder Moment ganz kurz Ich guck mal auf der Map nach Die kann ich nicht durch Ich guck mal auf der Map Ah schnell So Ja ich speichere nochmal kurz Ich hab echt keinen Bock alles normal zu machen Ja jetzt können wir zurück gehen Ich hoffe mir nicht dass ich das so richtig habe Ich bin jetzt schon Matto, wo war das nochmal? Vielleicht haben wir noch irgendwas hier übersehen. Munition zum Beispiel, weil es ein bisschen sehr nützlich jetzt. Weil mit einer Kugel, vor allem mit einer Schrotkugel kann man nicht grad wieder anfangen. Ich hoffe, dass ich hier was übersehen habe. Ne, schade. Ja gut, dann muss ich jetzt wieder zurückgehen. Moment mal, wie soll ich? Ach, da oben. Ne, warte mal. Ich kann doch gar nicht mehr ich muss kurz überlegen. Ich glaube, hä, warte mal. Ich komm, oder muss ich den Schalter wieder umlegen. Ich komm, oder? Ich, okay, ich weiß es gerade nicht, hä? Oben kann ich nicht lang? Ich muss nur mal kurz angucken, ey, warte, ich muss eigentlich zurückgehen. Das ist gerade ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich sein muss. Hey, wer geht's ja gar nicht lang? Hä? Warte mal, ich komm, ich, 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 hä? Hä? Okay, ich muss mir kurz zurückgehen. Ich hab so ein Gefühl, das würde ich auch rausschneiden, weil die ganze herum zu suchen, ja gut. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Nee, ich muss mal zurückgehen. Und wenn ich verliere, ist das auch nicht schlimm, ich hab ja gespeichert, also ist, ist nicht schlimm. Ich hab... Ich hab... Nein, nein, geht doch hoch. Ah, okay, Moment. Da lang? Oh, ich bin da gar nicht lang. Oh mein Gott. Ich bin doch gar nicht da lang gegangen. Ah, ist klar. Ne, falscher Weg. Ach. Hier lang? Ach, stimmt. Hier war das. Oh, ruckel, ruckel. Ach, hier sind wir. Ach so. Oh, jetzt hab ich's wieder. Äh, ja. Peace-Pulver. Ich kann mir nur mehr Schraubpatron herstellen. Oh, Pistolen-Munition, Alter. Was ein Wunder. Mac-Munition. Ja, brauche ich gerade nicht. Elektro-Teil. Ja, gut. Kann ich für irgendwas gebrauchen. Wo ist denn das Schießpulver jetzt denn? Ja. So, wir haben hier drei Strohpatronen wieder. Dann tu ich mal da unten hier hin. So, also wie lange ich einfach dafür brauche, um einen, um einen zu finden. Warte mal. Ich hab noch Bretter, die ich kann die, ich kann die Fenster dazu machen lieber. Wovon noch Zombies durchkommen. Oh, Schraubpatron. Sie merke ich jetzt. Ah, ein bisschen mehr auf die Umgebung achten, ne, eigentlich. Okay, hier sind doch viel mehr Fenster, als man denkt. Ich mach mal einfach das hier zu. So. Ja, ein Fenster schon mal zu. Also hier sind echt... Oh, ich hab das richtige Fenster zugemacht. Alter. Ach, kacke, ne, oder? Scheiße. Der müsste... Nee, der ist sicher nicht tot. Oh, ich hab gerade... Ich hab hier aber ganz Patronen verballert. Nee, oder? Was zum... Was zum... Na los. Alter, wie alt. Echt verdammt viel da was. Mann, der ist ein anderer Kumpel. Der andere lebt bestimmt auch noch. Da werd ich drauf. Ja. Das Messer ist fast kaputt. Ja, gut. Der andere Kumpel, der hier noch rumliegt, der ist auch noch hier. Oh, ganz toll. Ich glaube, ich lass mal rumkriechen. So eine Gefahr ist da gar nicht. So als halber Kerl, wisst ihr. Nein, also Tommy, whatever. Ah. Na? Lade Ruck, klar, ich komme immer wieder. Und, lebt der Typ noch? Nö.